So, let's grüßen Sie mal, ich komme hier zurück! Zu... The consequence by the evil within. Oh. Pippchen. Pippi. Pippi. Tu es! Ach, das hört sich ja auch schon wieder vernünftig an. Schmackt! 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 Oh, sch... Schmackt! Wow. Das ist echt ekelhaft eigentlich. Und die baggen sich krass irgendwie da so... Ähm... Oh! Ah, hier. Bitte. Bitte! Hä? Schmackt! Oh mein Gott, Hilfe! Oh mein Gott! Ehhh... Ehhh... Ok! Ok... Ok... Wow... Das war... wild! Ja, das Problem ist Gehe ich jetzt gerade richtig? Ah, wahrscheinlich hole ich mir da die Karte Wahrscheinlich hole ich mir da die Karte Wahrscheinlich Kann ich mir zumindest vorstellen Die Hotelschlüsselkarte Versteh nicht Ja, habe ich jetzt nicht verstanden Warum bin ich jetzt gerade an diesem Vieh vorbeigekommen Aber beim Zurückgehen, da würde ich auch einmal Ich verstehe es nicht Wir wollen jetzt bitte schon dieses Teil Bin ich eigentlich komplett vollbehindert? Bin ich eigentlich querschnittsdumm? Ach Gott Was ist eigentlich los mit mir? Also teilweise kann ich mich echt schlagen Mach ich ab und zu Also Mach da hinten was ist Ui Ich kann hier reinkommen Das ist ja abgefahren Also Dankeschön Das ist ja ernst oder was Ich finde das voll cool Dass die Viecher hier mit reinkommen Hat was Das hat was Ich meine Dann wird es ein bisschen Ein bisschen bequemer Und so Und das ist Auch ganz toll Ich hätte schwören können Ich hätte mir mal eine Flasche gehabt Eine zusätzliche Oder War das nicht der Fall Ich hatte ja doch eine zusätzliche Flasche Ach die musst du mir erst da oben holen oder? Kann das sein? Ja Genau Und die Flasche glaube ich Die brauche ich Wobei jetzt hätte ich es ja schon So machen können So Schauen wir mal Ich habe es ja schon Alles klar. Dankeschön. Ich muss echt sagen, Zeit wurde es. Was? 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 Was war das? Da ist Sebastian vor dem Typen mit dem Safe, ist er gerade in diesen Schacht da reingekommen und da ist er entwicht, 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 entfleucht. Ah, ist ja geil, oh mein Gott, das ist ja mega cool. Das ist ja mega cool. Ach nein, nicht schon wieder. Oh Gott, noch mehr davon. Okay, mehr davon. Okay. Gehst du weiter? Ja. 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 alter war schlecht wie schlecht wie schlecht mein gottes schlecht das war schlecht das war jetzt wieder ein bisschen schlecht das war tatsächlich ein bisschen schlecht ich habe diese Welt erschaffen oh nein oh Gott was zum Teufel also manchmal verstehe ich die Spiele nicht also entweder bin ich jetzt echt ein bisschen zu offensiv aber das Spiel das man ja einfach nicht verstehen kann ist dass das Spiel ab und zu seine ich nenne es jetzt einfach mal stumpf seine Prinzipien ändert natürlich ach da hinten ist auch noch einer alles klar na die Frage ist wie werden die jetzt alle los bitteschön okay oh nein das ist so eine Scheiße meine Güte ihr seid so hässlich na wo sind denn jetzt hier Echse mit der ich irgendwas machen kann was soll ich denn jetzt tun ich kann weder was tun ich kann gar nichts machen was soll ich denn jetzt eigentlich gerade machen kann ist nur laufen dumm schlecht oh wartet mal okay nimm mal das Zeug nimm mal das Zeug ich soll da vielleicht mal meine Augen aufmachen nimm mal das Zeug kann man da jetzt rausgehen oder werde ich sterben du kannst mich hier nicht festhalten oh je wow ach gleich der nächste Raum Klassiker gleich mal der nächste Raum schön 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 okay das wird ich muss echt sagen also das ist schon ein bisschen intens hier vor allem die Gegner sterben diesmal nicht weil ich auch sehr komisch finde ach schaut mal wer hier da ist ganz schön pünktlich ganz pünktlich aber schau mal er macht den Moonwalk okay ja komm doch bitte runter zu mir muss ich nur hinknien so was zum Teufel ach nee ist schon okay es wird alles wieder gut oh shit hoff ich nicht sicher schnell hier lang was ist mit den was mit unseren Freunden sind sie wieder umgefallen nein meine hat gesagt schnell hier lang also müssen wir schnell sein hier lang ist es vorbei ach komm erzähl doch oh shit hoffentlich kommt dieser Bastard nicht zurück um deinetwillen Leslie oh ja komm Leslie oh 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 nein verdammt jetzt kommt die Stelle mit dem Park haha ja wird auch sehr interessant wird jetzt auch sehr interessant wird jetzt auch sehr interessant kann Leslie nach Hause mit dem Zug ganz bis nach Hause nein Leslie heute nicht du beschützt mich ja das ist mein Job gut 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 wenn ich nach Hause komme werden sie sicher oh shit oh je nicht deine Schuld es tut mir leid halt sie begehen einen schweren Fehler sie verstehen nicht was aus ihm wird wir wissen genau was aus ihm wird deshalb brauchen wir ihn sie verstehen nicht was Ruvik eigentlich will Ruvik ist Geschichte er will Leslie so wie wir haben sie mehr Angst vor ihm als vor uns verarschen sie mich nicht ich hab einen Auftrag er darf den Jungen nicht bekommen Leslie ist der einzige oh mein Gott verdammt nein puf dann wade 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 okay wir speichern mal wieder das ist jetzt so krass ey miet miet da machen wir ganz was vor so vielen Dank für das Studio ich hoffe es wie vor allem wir freuen uns am nächsten Mal wieder bei The Evilness and The Consequences mit mir dabei seid mein Name ist Ben und ich sage für heute auf Wiedersehen Tschüssi